Die Einsteuer zu dem, was sie ist, der größten Partymeile der Welt, feiert diesen Aufstieg. Ihr seid einfach die besten Fans für die Welt. Ich sehe leider an dieser Stelle, die kleinen Leiden sind alle schon so ein bisschen zurückgezogen. Hilfe suchen und korschen wir die Menge. Aber nehmen wir vielleicht noch einen Mann nach vorne. Auch er hat die Fortuna seit so vielen Jahren begleitet. Und für ihn dient einem Traum in Erfüllung, dass wir wieder in der Bundesliga spielen. Hier ist unser Kultbetreuer Alex Spinger! Hallo Siemens! Wir haben es geschafft, alle gemeinsam. Und ich habe letztes Mal gesagt, ich bin ein naturalisierter Düsseldorfer, kein gebürtiger Düsseldorfer. Das heißt, ich mag PEG, ich mag Fortuna, ich mag tote Hosen, ich trinke gern Altbier. Und ich war keine Körner! Wer ist der zukünftige Torschütze? Viel, 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 viel! Danke!